Kamera, du blöde Sau. Ich kann dir aufs... Oh, da, ich seh die jetzt voll weg. Jetzt kommt die raus. Da. Da kommt die. Oh! Er wird im Kopf voll geil. Jetzt guck, ich steck ihn nur ins Auge. Ah, wo wärst du? Das ist jetzt sogar eine Königin. Ja. Vielleicht macht die sich da jetzt. Komm raus, du blöde. Oh, ist das denn hier? Gott. In der Geier. Boah. Kann sein. Oder? Nee, genau, genau. Boah. Boah. Der bleibt doch voll und gar stehen, nein. Ich bin auch so dir. Außerdem ist mein Schickstolz schon bestimmt. Kann ja nicht passieren. Warum bleibt die da drin? Ich könnte doch froh sein, dass ich von Deutschland nicht sei. Wieso hätte ich schon die Jungen gemacht übernommen? Es geht jeden raus. Wieso hätte ich alle Platin gemacht? Ja. Da kommt er. Da kommt er. Wo ist er da? Oh, ist sie fett. Ja. Ein bisschen. Hm. Kann doch, der Ding ist da hingehraus. Okay. Die ist schon hier. ich möchte ich bleibe ich rede jetzt in ruhe mit dir was 10 Minuten Zeit, dann komme ich wieder bis in der Sonnmachschieblatt. Ich sag nicht, dass ich die Schiebe war.